Atemübungen, um den hinteren Bauchraumbereich besser spüren zu lernen. Lege dich in Bauchlage, der Brustkorb liegt nicht in Extension, sondern das Brustbein liegt entspannt auf dem Boden. Du kannst dir gerne eine Decke unter die Stirn legen, damit du frei durch die Nase atmen kannst. Wenn wir einatmen, versuchen wir den Brustkorb in der ersten Atembewegung entspannt zu halten und die Rippen weiten sich nicht, sondern wir atmen in den Bauchraum. Dabei versuchen wir nicht die Atmung in den Boden zu richten, sondern halten den vorderen Bauchraumanteil fest, als ob wir den Boden mit der Bauchdecke nicht berühren möchten. Achte darauf, dass du dies in Gedanken tust, mit leichter Spannung und nicht extrem anspannst. Der Atem soll spürbar in die Flanken und in den Rücken deines Bauchraums fließen, sprich das Diaphragma drückt die Bauchorgane nach hinten und in die Flanke. Viel Spaß beim Üben.